ja freunde was geht ab ich hoffe ich gehe zu Gugnaus hier befinde mich kein zimmer und heute ist mal Thema Banane essen hat sich mein Fan gewünscht denke ich kann ich auch mal machen und ich sage jetzt meine Meinung dazu wie das schmeckt wie das so mir gefällt eine Homo also Banane schmeckt finde ich jetzt nur wenn man sie so matsch als alle Zeiten als Baby und Kind mit einer Gabel bisschen zuckern ist sonst schmeckt mir allgemein Banane kann man sich schon mal ab und zu mal eingeben aber es ist nicht mehr so wie es ist also es schmeckt schon gut aber ich fand es früher besser was ich jetzt heute feiert Äpfel Äpfel sind geil man ihr könnt mal die Kommentare schreiben mit einem Hashtag was euer Lieblings Obst ist und jetzt muss ich mir ganz schnell kurz noch ein Foto machen gut und also meins ist Apfels Erste also schreibt drei Dinge mit einem Hashtag das Zweite ist bei mir Birne und Honig Milone das sind so drei Dinge wo echt aktiv sind also ich sag wieder schon reingehauen natürlich sehen wir uns morgen bis dann ciao Ciao